Drei Frauen sitzen vor dem Altersheim auf dem Bänkchen und reden ein bisschen miteinander. Und die eine sagt, jetzt bin ich schon 92 und mein Augenlicht ist immer noch sehr gut. Ich kann noch Zeitung lesen ohne Brillen. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so. Die zweite sagt, ich bin 95 und ich höre immer noch gut. Ich höre sogar, was die Leute über mich flüstern. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so. Und die dritte sagt, ich bin 98. Ich bin 98 und immer noch junge Frau. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so.